Wir schauen in die Ukraine. Die Produktion von Drohnen wird für das Land im Krieg gegen Russland immer wichtiger, so Präsident Zelensky. Drohnen würden einer der entscheidenden Faktoren für den Sieg sein, sagte das Staatsüberhaupt in seiner abendlichen Videoansprache. Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Wochen mit ihren Drohnen verstärkt russische Ölraffinerien auch weit hinter der Front angegriffen. Kiew betont dabei, dass das auch aus militärischer Sicht legitime Ziele seien, weil so der Nachschub an Treibstoff für die russische Armee ausgebremst werden soll. Wir schauen zu Christoph Warner, unserem Russland-Korrespondenten nach Moskau. Guten Morgen Christoph, also schauen wir zunächst mal an die Front. Welche neuen Infos hast du zur dortigen Lage? Positionskämpfe nahezu über die gesamte Front von immer noch circa 1000 Kilometern. Besonders stark sind die Gefechte fast schon traditionell, muss man sagen, im Bereich Danetzk, westlich von Avdeevka, westlich von Bachmut. Da geht es um Orte wie Cisofjar oder auch wie Berditschi in der Nähe von Avdeevka. Aber keine wirklich großen Durchbrüche der Russen, die Ukrainer verteidigen, wie sie nur können, haben mit diesen Defensiv-Operationen auch erfolgt. Das muss man ganz klar sagen. Ziel der Russen ist es, die Ukrainer weiter abzudrängen von der Provinzhauptstadt Danetzk, um sie so sicherer zu machen. Um somit vor allem auch die Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern der Ukraine auf Danetzk zu reduzieren. Und das zweite Ziel ist, das darf man nicht vergessen, diese vier Provinzen, die Russland 2022 annektiert hat, vollständig unter Kontrolle zu bringen. Also Danetzk, Lugansk, Saparoche und Cherson. Und das ist noch eine Herkulesaufgabe. Donetsk wird vielleicht zu 60 Prozent kontrolliert, Lugansk zu 95 Prozent, Cherson und Saparoche nach wie vor zu 70 Prozent. Und insgesamt hat Russland inklusive der Krim circa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums unter Kontrolle. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.